Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, dann wird's ja geklärt Anna, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, ich muss aufs Klo. Kommt ihr mit? Oh, denn sei los. Okay, ich warte vor der Tür. Okay. War ja klar, dass die Mädchen wieder den Mr. Verständnis vollen Teil herinnen. Nein, nein, nur meines. Dennis. Dennis. Verheile mir. Scheiße. Dennis. Dennis. Hä? Was ist denn mit dem los? Bis gleich. Bis gleich. Chris. Chris. Hallo? Ist hier jemand? Oh, hier ist es nur. Wen hast du denn erwartet? Donald Trump? Um Gottes Willen, nein. Na kommt jetzt, unser Kriteriat. Was hättest du denn gedacht? Du warst so ängstlich. Na ja, ist eine lange Geschichte. Dennis? Na hallo, da seid ihr ja. Wir sind alle in der Aula und warten auf euch. Wo hast denn du dein Handy gelassen? Das hat jetzt mal. Erstaunlich. Ich kann durch Dennis hindurch gucken. Oh Gott. Weg hier. Wer soll denn das jetzt, bitteschön? Ich hatte euch gleich gesagt. Hier stimmt das nicht. Chris ist der Regalat. Wir holen ab. Wie denn? Alle Türen sind zu. Vielleicht durch die Hintertür. Was ist los? Oh, wie süß. Aber bevor du ihn so liebevoll umarmst, will ich erstmal gucken, ob Mike nicht auch ein Geist ist. Was ist denn los? Hier ist Spur, aber gewaltig. Und es ist gefährlich. Erinnerst du dich an den komischen Typen von vorhin? Denn es ist genauso geworden. Und ich konnte durch ihn hindurch schauen. Da seid ihr. Ah! 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 Sogar noch nach Tennis. Das ist auch eine Leistung. Komm, mit der Mathe hat er heute ja anfangen. Nein! Na, na. So schlimm wird es schon nicht werden. Na toll. Der Spuk ist weg. Aber der Horror ist geblieben. Und... Das ist einredig. Und da sei her. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh ja, wir sehen uns. Untertitelung. BR 2018